Buenas tardes, bienvenida mi cosmetico. Ich habe gesagt, guten Tag, kommen Sie rein. Mein Name ist Anna Moreno und ich komme aus Kolumbien, von Cali. Cali ist eine große Stadt, ich glaube 1993. Ich war so zwei Jahre in Spanien, in Palma de Mallorca und von da bin ich nach Deutschland gekommen. Meine Kunden sind eigentlich fast alle Deutsche. Amerikaner habe ich ein paar auch, aber manche sind Deutsche Frauen. Ja, manche kommen aber nur zum Beispiel Behandlung für Akten nehmen, weil die Kolumbianischen brauchen ja immer schöne Figur. Naja, kommen von Äthiopien, ja, von äthiopischen Frauen kommen und von Afrika auch kommen Frauen. Ganzkörper auch. Das kommt auch für trockene Haut. Manche Leute haben trockene und schuppige Haut. Das ist auch, das erste Mal mache ich einen ganzen Körperpillen, Schokoladepillen. Nach der ganzen Körperpillen mache ich die ganzen Körperpillen, Schokoladepillen. Und dann ganze Körperpillen, Schokoladepillen, Schokoladepillen, Schokoladepillen. Frisch. Frisch. Frisch.